Herr Schmidt, jetzt ab März greift der Energiepreisdeckel für Strom und Gas. Können Sie vielleicht mal erklären, was das konkret für die Kunden bedeutet? Ja, wir sind froh, dass wir jetzt an den Punkt gekommen sind, dass der Energiepreisdeckel sowohl für Strom als auch für Gas jetzt seine Wirkung entfaltet. Und das wird sich auch für die Kunden ganz konkret auswirken. Und zwar werden Sie nächste Woche alle individuell Ihre Schreiben bekommen. Und dort wird man erkennen können, wie der Entlastungsbetrag sehr individuell für jeden Kunden einzeln auch aussehen wird. Und ab März, auch dann rückwirkend für Februar und Januar, wird der Energiepreisdeckel gelten. Damit werden wir den Abschlag natürlich herabsetzen. Für März natürlich nochmal die Verrechnung auch für Februar und Januar, sodass ab März ja wirklich die Entlastung für Strom und Gas bei den Menschen auch spürbar ankommen wird. Das heißt also, ab April konkret werden die Leute das dann spüren. Also der erste verringerte Abschlag ist der, der im April gezahlt wird oder schon der, der im März gezahlt wird? Der, der im März gezahlt wird, ich sage mal, der April ist der neue, normal reduzierte Abschlag. Im März verrechnen wir natürlich in den Abschlägen auch noch den rückwirkenden Zahlauf Januar, Februar. Insofern für die Menschen, die auch ein Einzugsverfahren bei den Stadtwerken haben, für unsere Kunden, die müssen auch gar nichts tun. Das wird automatisch gemacht. Für alle, die Barzahler sind oder die das auch individuell überweisen, müssen einfach dann nach dem Schreiben individuell schauen, dass sie die Abschläge auch so anpassen, wie wir es ihnen in dem Schreiben mitteilen werden. Beim Strom ist das ja relativ eindeutig und einfach. Klar, die Kunden sind direkt, haben Verträge mit Ihnen. Bei der Fernwärme ist das ja etwas anderes, zumindest bei Mietern. Wie läuft das bei denen? Ja, also das Gute erstmal ist daran, die Mieter und auch die Fernwärmekunden werden von der Energiepreisbremse profitieren. Der Mechanismus ist vom Grundprinzip her ähnlich. Natürlich wird sich das am Ende über den Vermieter, über die Nebenkostenabrechnung dann erst bemerkbar machen. Dort sind die Vermieter natürlich aufgefordert im Rahmen ihrer Abschlagszahlung, ihrer Vorausberechnung oder ihrer Nebenkostenabrechnung die Themen, die wir in der Fernwärme errechnen, dort weiterzugeben. Aktuell wird ja davon gesprochen, dass sich die Gas- und Strompreise wieder normalisiert hätten. Ist das so? Also sind wir jetzt wieder auf einem Niveau wie vor Krisenbeginn? Ja, also man liest das überall und natürlich fragen auch viele Kunden bei uns nach, was heißt denn normalisiert? Die Frage, die wir uns stellen, was ist eigentlich das neue Normal? Und wenn man sich mal nur die Terminmärkte, die Börsenmärkte anschaut, kommen wir mal von 2021 von einem Wert im Strom um 50 Euro die Megawattstunde. Und wir sind im neuen Normal immer noch bei 160 Euro die Megawattstunde. Aktuell, gerade heute, für das Frontjahr, also für das Jahr 2024 im Einkauf. Insofern, normal ist eine Fragezeichen. Was ist das neue Normal? Das ist sicherlich ein Thema, was auch in der nächsten Zeit, auch in der Gesellschaft weiter diskutiert werden muss. Aber vielleicht das Wichtigste vorweg, auch wir werden unsere Preise anpassen. In der Grundversorgung zum 1. April und unserem Kompaktprodukt zum 1. Mai werden wir die Preise senken. Die Einkaufsbedingungen, Sie haben es gesagt, haben sich für uns etwas angepasst. Und auch vor allen Dingen, ja, die Sicherheit, die treuen Kunden, die wir haben, geben uns dort die Sicherheit, ja, in das Jahr nochmal anders hineinzuschauen und werden ab 1. April die Strompreise und Gaspreise in der Grundversorgung auch anpassen. Nach unten. Sie haben ja den Terminmarkt angesprochen. Wenn man jetzt mal so schaut, vielleicht an der Börse oder so, dann gibt es ja tatsächlich schon, dass die Preise für Strom zum Beispiel deutlich niedriger sind. Also auf den Spotmärkten. Warum schlägt sich das nicht direkt beim Kunden nieder? Ja, das ist, glaube ich, eine der Themen, die immer auch ein Stück weit falsch verstanden wären. Der Spotmarkt ist natürlich eine sehr kurzfristige Beschaffung. Ich beschaffe im Prinzip für den morgigen Tag. Er ist gedacht, um Energieausgleich in der Prognose zu schaffen oder eben dort eben ganz bewusst kurzfristig sich als Unternehmen einzudecken an diesem Markt. Wir sind ein kommunales Unternehmen. Für uns ist Sicherheit wichtig. Wir haben eine langfristige Beschaffungsstrategie. Das heißt, wir bedienen uns in der Regel mit unseren Produkten nicht am Spotmarkt, sondern am Terminmarkt. Das hat man vor allen Dingen zu Beginn der Krise gemerkt. Dort könnten wir viel länger unsere Preise stabil halten, weil die Energiemengen auch schon beschafft waren. Und jetzt ist es natürlich auch so, wir spekulieren nicht an der Börse. Wir spekulieren nicht an Energiemärkten. Wir beschaffen langfristig. Und insofern spielt der Spotmarkt für diese Art der Beschaffung für uns nur eine untergeordnete Rolle, zumindest im Privatkundensinn. Und von was für einem Zeithorizont spricht man da? Also wir beschaffen in der Regel in einem Zeitraum für zwei Jahre voraus in entsprechenden Tranchen, sodass man natürlich die Höhen und Tiefen eines Terminmarktes auch mitnimmt, aber da natürlich auch die Risiken ein Stück weit glättet. Und ich hatte es ja schon gesagt, vor allen Dingen zu Beginn der Krise hat sich das natürlich sehr, sehr positiv auch bemerkbar gemacht. Und wir alle wissen nicht, was in dem Jahr alles noch passiert. Insofern ist diese Art der Beschaffungsstrategie aus meiner Sicht nach wie vor die richtige, die Risiken auch von dem Unternehmen und für unsere Kunden ein Stück weit wegnimmt und glättet. Der Energiepreisdeckel als politische Maßnahme wurde ja durch Sie und andere Energieversorger umgesetzt. Wir haben ja schon auch kommuniziert, dass das für Sie ein enormer Aufwand war. Wie bewerten Sie denn die Umsetzung dieses Deckels aus Ihrer Sicht als Energieversorger, Energiepreisdeckel? Energiepreisdeckel, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht vorne weggeschickt, es ist erstmal sehr gut und sehr richtig, dass es diese Preisdeckel gibt und dass wir jetzt für die vielen Menschen, die dort auch das unbedingt brauchen, das jetzt auch umsetzen konnten. Rein handwerklich von der Umsetzung war es natürlich ein sehr, sehr sportlicher Akt. Und man muss sagen, das trifft nicht nur uns hier in Jena, das trifft viele Kollegen in der Energiebranche auf die klassischen Versorger, auf die klassischen Stadtwerke, auf die Menschen, die in der Grundversorgung vor allen Dingen auch eine Verantwortung übernommen haben. In ihren Regionen ist natürlich die gesamte Arbeit auch abgewälzt worden und die Verantwortung und das Risiko. Und dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, also die letzten Wochen, Monate kann man schon sagen, arbeitet ein sehr, sehr großes Team, mehr als 30 Mitarbeiter permanent dran, diese Themen umzusetzen, die für uns auch sehr kurzfristig aus dem politischen Entscheidungsprozess auf uns einströmen. Und das heißt vor allen Dingen, Umbau der IT-Systeme, Abrechnungsprozesse im Massenabrechnungsprozess, das ist eine große Herausforderung. Das ist so die eine Seite und die zweite Seite und das sind vor allen Dingen die Themen, die auch in unserem Kundensender passieren. Viele Fragen, Sorgen, Nöte von den Menschen, die wir dort gern beantworten, aber natürlich zu enormen Belastungen der Mitarbeiter führen. Ich bin unseren Mitarbeitern sehr, sehr dankbar. Die machen alle Kolleginnen und Kollegen einen sehr, sehr guten Job. Und ich gehe davon aus, dass das auch in diesem Jahr noch nicht zu Ende sein wird und weitere Entwicklungen, auch politische Entscheidungen kommen werden, die uns sehr stark beschäftigen, um die fortlaufende Energiekrise am Ende des Tages auch zu bewältigen. Ich hoffe mal, dass vielleicht die nächsten Entscheidungen da etwas weniger Arbeit auf Sie ablädt. Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Dankeschön.